moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen afk gelegt zeigen wenn ihr mal irgendwie auf toilette musste oder sonst was könnt ihr dort hingehen und die zombies werden euch völlig ignorieren so was sie nun dafür braucht ihr müsst als allererstes strom aktivieren leute weil dadurch öffnen sich hier diese bunker türen so dann geht ihr hier rein und ganz wichtig die wand hier dürfte nicht aufkaufen leute wenn ihr dann hier seid springt ihr hier einmal drauf und wenn ihr hier oben seid werden euch die zombies komplett ignorieren ihr müsst nur aufpassen leute wenn ihr zu weit am geländer steht rechts dann greifen die zombies euch an oder die werfen fleisch auf euch also passt auf dass sie nicht zu weit recht steht leute so das war es dann auch mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video